hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute habe ich ein paket erhalten beziehungsweise gestern und zwar von der bini also von der sabine sie ist moderatorin auf meinem kanal und ist bei anderen auch ziemlich aktiv ja das hat sie mir zum geburtstag zugeschickt ich habe auch schon reingeschaut ich war völlig aus dem häuschen und ich zeige euch es nach dem intro so so groß ist das packchen hier ich habe auch schon reingelunzt also so öffnen wir das mal ich denke ihr seid genauso gespannt wie ich aber ich weiß ja schon was drin ist aber ich bin immer noch irgendwie sieht man das schon wenn mich wenn ich hier aufmache ja steht ähm ich mache es so zack so ich will euch noch ein bisschen auf die folter spannen so also hier ist leer sieht man schon ein bisschen sieht man schon so und ich zeige es euch in 3 2 1 und 0 ja wohl sie schenkt mir ein ganzes display hier von der magitex action wie krass ist das denn also ich habe mich so gefreut und da sind 20 päckchen pro also pro päckchen 2 euro da kann man mal rechnen äh da kann ich nichts mehr dazu sagen also vielen vielen dank sabine ja so das kann man hier glaube ich so aufstellen wie im chef zum beispiel dann sieht das so aus so was haben wir denn hier jetzt drauf der doppelpack für ihren verkaufserfolg hauptkollektion erweiterung mit zusätzlichen karten aha so wichtig für ihren verkaufserfolg ja aber das ist ja eher für die geschäfte also für mich ist das uninteressant so ich denke ich mache mal zwei auf richtig richtig stark also da kann ich einfach nichts mehr sagen so ihr könnt ihr mal alle in die kommentare schreiben danke sabine so machen wir mal zwei auf und den rest machen wir mal mache ich in verschiedenen videos auf so ich glaube das hier ist überall drin für die tops now wer das noch nicht kennt der kann mal auf die internetseite schauen da kann man von verschiedenen spielen glaube ich karten bestellen die besten momente jedes spieltag exklusiv nur auf topsdirekt.de machen wir mal hechte querbung ne so hier haben wir nazarow von erzgebirge aue dann haben wir johin jones von darmstadt dann haben wir hier ein joshua brennet von hoffenheim hoffenheim dann haben wir hier pablo mafeo von stuttgart hier haben wir sandro wagner von den bayern da sage ich jetzt mal nichts dazu paulino paulino von leverkusen marco richter von augsburg jannik gerhardt von wolfsburg dann haben wir hier matt schnaderer von heidenhain dann haben wir hier matthias kinder als matchwinner von glattbach und hier haben wir die kapitänz karte also die halb transparente karte von lars stindl auch von glattbach so kommen wir zum zweiten päckchen also inhalt sind elf karten also sechs normale äh zehn normale und dann halt die halb transparente karte hier steht die glitzernde karte achso glitzernde karte ist matchwinner oder sowas und kapitänskarte das ist dann die halb transparente ich hab auch schon zwei oder drei geöffnet hier shop aber doch ich hab noch zwei also so hier nochmal von tops now dann einmal auch hier so alles durcheinander hier haben wir david kinzombie hier haben wir riedle baku von mainz denis zackaria von glattbach hat ja am wochenende auch getroffen dann haben wir kramaric von hoffenheim hier haben wir jaden sancho oder stinken wir dass er so ausgesprochen wird dann haben wir hier claudio pizarro der oldie but goldie dann haben wir hier juja kubo von nürnberg dann haben wir marco hartmann von dynamo dresden hier haben wir das erzgebirge au logo also club karte dann haben wir klub 100 dann haben wir klub 100 Timo Werner stark zweiten booster und hier haben wir weder ibizevic von harter bsc als kapitänskarte so sieht die dann von hinten aus ja also vielen vielen lieben dank an die sabine damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet ich hätte mit was anderem gerechnet vielleicht aber mit dem display hier hätte ich niemals daran gedacht ja also nochmal vielen vielen dank und ja gibt einen daumen nach oben und falls du noch kein abonnent bist und dir meinen kanal gefällt was kostenlos ein abo da da würde ich mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten mal ciao